Hallo, ich bin Dirk Dier, Bundestrainer beim Deutschen Tennisbund und versuche mich jetzt mal in den Dosen zu schießen. Ich bin Dirk Dier, ich bin Dirk Dier, ich bin Dirk Dier. Erster Schuss 3, letzter Schuss 1, ich finde es ein bisschen wenig, aber gut, so ist es halt. Es waren einige ein bisschen weit weg, letztendlich aber ist okay, ich denke 4 kann man einfach mal so stehen lassen.